Was geht Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Fahrerkarriere hier in F1 2021. Wir sind heute beim 12. Rennen unserer ersten Saison und zwar in Suzuka beim großen Preis von Japan. So langsam aber sicher neigt sich diese erste Saison dem Ende entgegen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen können, noch einen guten Abschluss hinzulegen, hier und da ein paar Pünktchen mitzunehmen. Und am besten fangen wir damit direkt heute in Suzuka an. Das ist ja ne Strecke, die in dem Spiel, also in der MyTeam Karriere echt ganz erfolgreich für uns war. Relativ überraschend, weil das in früheren Spielen eine war, auf der ich immer Probleme hatte. Aber das hat sich hier so ein bisschen geändert und deshalb habe ich schon die Hoffnung, dass wir heute mit ner richtig, richtig starken Leistung und auch mit nem kleinen Quäntchen Glück auf jeden Fall ein Wörtchen um die Punkte mitreden können. Spulen wir auch schon direkt die Zeit vor bis zum Rennwochenende. Hier kommt noch ein Upgrade an von unserem Motorenhersteller, bilde ich mir ein. Müsste das gewesen sein. Wir hatten ja nämlich keine mehr in Arbeit, somit, ja, muss das da herkommen. Ah genau, dieses Upgrade hier war es, von unserem Motorenhersteller Mercedes. Wir haben zwar genug Ressourcenpunkte aktuell auf dem Konto, um uns selber auch Upgrades holen zu können, aber da habe ich ja schon erwähnt, dass wir das nicht mehr machen werden im Laufe dieser Saison, einfach um genug zu haben für die Reglementeränderungen, die ja safe kommen werden am Ende der Saison. Oder wer weiß, vielleicht sind die heute schon am Start, das würde mich auch nicht überraschen. Auf jeden Fall wurden die beim letzten Mal schon angekündigt, man weiß allerdings noch nicht, welche Abteilungen es betreffen wird. Allerdings mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, mit über 6000 Punkten würden wir wahrscheinlich sogar alle Abteilungen retten können. Ich meine, wir haben da ja noch nicht so viele Upgrades, von daher sind wir, was das angeht, echt gut dabei. Durch das Training kommen jetzt sogar noch weitere Ressourcenpunkte dazu. Vielleicht können wir uns sogar überlegen, doch zu upgraden, oder? Ich weiß es nicht. Na, das macht eigentlich keinen Sinn. Lassen wir das lieber. Warten wir, bis die Reglementeränderungen da sind, versuchen die alle zu retten, beziehungsweise retten die alle, alle, alle Upgrades, und dann können wir ja immer noch upgraden. Das ist wahrscheinlich sinnvoller. Eieiei, da geht das Qualifying direkt mal nicht gut los mit irgendeinem Fehler an unserem Schmiersystem. Das ist kein Drama, aber dadurch, dass wir meistens drei Runs in Q1 brauchen, benötigen wir schon die Zeit. Also, das hilft auf keinen Fall. Oh, gelbe Flagge in der Schikane? Das sieht man im Qualifying nicht so häufig. Das könnte eventuell Daniel Ricciardo gewesen sein, der gerade in diesem Bereich unterwegs ist, und dann gibt sein Motor den Geist auf, oder, oder macht er hier einen Fahrfehler, oder was genau? Ich weiß es nicht. Boah, keine Ahnung, was da passiert ist, fragt mich nicht. Onboard mit Science, der war auch gerade in diesem Bereich, in dem die gelbe Flagge war, und man sieht da sogar links die gelbe Flagge aufleuchten, aber hier ist nichts. Also, keine Ahnung, was da der Grund für war. Ah, doch, Science wird ein bisschen langsam. Vielleicht bei ihm, der Motor, oder so? Boah, ich weiß es nicht. Hey, jetzt ist das schon wieder gelb. Ein Mercedes ist da gerade unterwegs. Kommt da die gelbe Flagge raus, wenn die an die Box fahren, oder was? Das könnte ich mir vorstellen. Es macht natürlich gar keinen Sinn, aber da ist ja wieder offensichtlich nichts passiert. Ganz, ganz komisch. Davon dürfen wir uns aber gar nicht zu sehr beeinflussen lassen. Leider war diese Runde aber noch nicht so toll. Vor allem im ersten Sektor muss man da noch einiges besser machen, um wirklich die Chance auf Q2 zu haben. Immerhin für Mick Schumacher hat das aber schon mal gereicht. Und für Masepin sogar auch. Das ist echt ein gutes Zeichen, weil ich nicht so zufrieden war mit dieser Runde. Und wenn wir selbst mit so einer schon ganz gut mitmischen, dann kann da auf jeden Fall noch mehr gehen. Boah, das wird eine richtig gute Verbesserung geben, wenn wir das so ins Ziel bringen. Eine sehr, sehr starke Runde, die mir aber gar nicht so stark vorkam. Das überrascht mich ehrlich gesagt, dass wir da so viel besser sind laut Delta. Gut rauskommen nochmal hier aus der Schikane. Das war nicht optimal. Da haben wir ein bisschen was liegen lassen, aber dennoch reicht das, um uns vor unseren Teamkollegen zu bringen. Allerdings noch nicht auf eine Q2-Position. Oh, Giovinazzi ist ausgeschieden und zwar hier direkt vor uns oder? Nee, da unten. Ähm... Was? Was sehe ich hier gerade? Was ist das denn? Giovinazzi steckt hier irgendwie in der Strecke. Wo ist der denn genau? Ich weiß es nicht. Ah, da sind wir gerade vorbeigefahren. Der ist irgendwie in dieser Brücke drin oder so. Wie ist das denn passiert? Leider geht die Wiederholung nicht weiter zurück als so. Was unfassbar schade ist. Und im Qualifying kann man sich auch keine Wiederholung am Ende der Session angucken. Aber das ist ja mal völlig kurios. Vielleicht der seltsamste Zwischenfall, den wir je hatten. Weil aus unserer Sicht sieht man ihn ja nicht. Und zwar so gar nicht. Der muss hier irgendwo im Boden stecken. Es ist ja auch an dieser Stelle die gelbe Flagge draußen. Also der war nicht unter der Strecke. Der war hier oben. Ist scheinbar irgendwie in die Leitplanke eingeschlagen. Alleine das ist schon seltsam an der Stelle. Und ja, was dann passiert, fragt mich nicht. Ähm, so sieht das Ganze übrigens aus der Fotoperspektive aus. Da sieht man Teile von Giovinazzi's Auto. Oh Mann, ich wüsste zu gerne, wie der da abgeflogen ist. Aber leider werden wir das nie erfahren. Oh, hä, was ist das denn? Was ist das denn für ein verbuggtes Qualifying? Konzentration auf die Runde. Aber auf einmal sind wir 14. aus dem Nichts. Die Runde. Die Runde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß es nicht, die Autos verschwinden hier einfach im Boden Yuki ist aber nicht mal was passiert Also ich verstehe die Welt nicht mehr Absolut nicht, was ist denn hier los heute auf dieser Strecke? Der Wahnsinn Wir haben jetzt alleine in diesem Qualifying glaube ich schon mehr Verrücktes erlebt Als im kompletten Rennen in Singapur Welches ja relativ unspektakulär war Mir fallen da gar keine Worte zu ein Ich glaube die Bilder sprechen da so ein bisschen Bände Das war ohnehin Jetzt schon ein absolut denkwürdiges Qualifying an das wir uns glaube ich Alle lange lange erinnern werden Können wir dem Ganzen noch die Krone aufsetzen Indem wir jemanden schlagen hier in Q2 Leider nicht, aber das wäre Auch eine Riesenüberraschung gewesen Oh, ganz schön viele Haben ihre beste Zeit hier auf den Medium Reifen gesetzt Werden somit auf den Mediums starten können Wir haben sogar mehr Medium Starter innerhalb der Top 10 Als Soft Starter Das erlebt man so Auch so gut wie nie Wie weit waren wir denn weg von Stroll? War es halbwegs knapp wenigstens? Ja, drei Zehntel Mit gebrauchten Reifen Ich glaube das ist in Ordnung Also die Pace ist voll da Und ich hoffe sehr, dass wir das jetzt auch In ein starkes Ergebnis im Rennen umwandeln können Vor allem durch die Medium Starter hier Wird das glaube ich echt spannend Weil die alle am Anfang Nicht so eine mega Pace haben werden Also das verspricht ein geiles Rennen zu werden Vor allem Wenn dieser Bug da Auch im Rennen stattfindet Dass das Leute im Boden verschwinden Wer weiß Also ich bin mir hierbei gar nichts mehr sicher Ich traue der Strecke hier heute alles zu Wer konnte sich denn die so wichtige Pole Position Hier auf dieser Strecke sichern? Das Überholen ist ja nämlich typischerweise Sehr schwierig hier in Japan Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz aus ins Rennen Vor seinem Teamkollegen Walter Ribottas Dahinter haben wir dann die beiden Red Bulls Von Verstappen und Perez Charles Leclerc auf der 5 Vor dem starken, starken Pierre Gassi Auf Position 6 Ocon dann Vor Vettel und Stroll Wir auf der 10 Durch einige Grid Strafen Norris Elfter Vor Kimi Oh, da muss es aber ordentlich Strafen gegeben haben Alonso auf der 13 Vor unserem Teamkollegen George Russell Ricciardo dann auf der 15 Masepin 16 Giovinazzi Schumacher Auf den Plätzen dahinter Und wer kommt dann noch? Wer fehlt denn hier bisher? Ich weiß es gar nicht Ein Ferrari, oder? Ja, so ist es Carlos Sainz auf der 19 Und Yuki Tsunoda hier bei seinem Heimrennen Nach dem Ausflug im Qualifying Nur letzter Was geht hier heute eigentlich ab? Erst erleben wir das kurioseste Qualifying Überhaupt Jemals vielleicht Und dann gibt es auch noch 4 Ne, 5 5 Leute mit Grid Strafen sogar, ne? Wir waren ja 15. im Qualifying Ja, der Wahnsinn Wenn das im Rennen auch nur ansatzweise so chaotisch weitergeht Dann werden wir heute auf jeden Fall Spaß haben Die Rennstrategie wird eine Einstopp mit Soft-Hart Eventuell auch mit Soft-Medium Ich denke, dass das nicht ganz unrealistisch ist Auf jeden Fall möchte ich das Rennen aber auf den Soft-Reifen beginnen Ich denke, dass wir so besser dabei sind Und vor allem Können wir uns dann immer noch entscheiden Ob wir danach auf die Harten oder Mediums gehen Wenn wir jetzt schon auf, was weiß ich, auf Harten starten Dann, ja Ihr versteht glaube ich, was ich meine Eventuell müssen wir die weiß markierten Reifen Ja, nämlich gar nicht benutzen in diesem Rennen Das Benzin stellen wir noch ein bisschen runter Ich denke, so sollte das ganz gut klar gehen Und dann gehen wir direkt an den Start Beim 12. Rennen dieser Saison hier Das wird ein gutes Da bin ich mir sicher Hoffentlich können wir zumindest unsere Startposition halten Aber das wird natürlich schwierig Weil einige ganz, ganz schnelle Jungs direkt hinter uns sind Let's go Los geht's hier in Suzuka Wie so häufig in dieser Saison gelingt uns ein richtig, richtig guter Start Jetzt aber vorsichtig hier in die S-Kurven hinein Hier zieht man sich ganz leicht mal Frontflügel-Schaden zu Weil das natürlich am Start, wenn alle so nah beieinander sind Häufig mal relativ langsam wird Deshalb hoffe ich einfach, dass wir diesen 9. Platz jetzt verteidigen können Und dann wäre ich schon richtig, richtig zufrieden mit dem Start Wenn wir natürlich noch ein, zwei weitere Plätze gut machen können Möglicherweise gegen Vettel und Ocon Die ja in nicht so viel schnelleren Autos sitzen Dann wäre das umso besser Die Haarnadelkurve könnte eine gute Möglichkeit werden Somit müssen wir dafür sorgen, dass wir an der Stelle dann möglichst nah dran sind an Esteban Ja, das ist relativ nah Wenn die jetzt alle früh bremsen Dann können wir da was probieren gegen den Franzosen Waren dafür aber leider zu weit weg Dennoch, richtig guter Start Platz 9 Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus gegen Esteban Wir saugen uns ganz gut ran In seinem Windschatten Bekommen eventuell die Möglichkeit Jetzt in die Schikane hinein Ah ne, da fehlen aber wieder die entscheidenden paar Meter Währends Joel und Norris hinter uns jetzt am Fighten sind Was uns natürlich so ein bisschen Luft verschafft Oh, jetzt eventuell mal gegen Ocon Hier auf Start und Ziel Der scheint nicht so eine Mega-Pace zu haben Hier zu Beginn Warum gehe ich da nach außen? Ich weiß es nicht Oh, das war... Ja, das war dumm Da hätten wir es lieber innen probieren sollen Esteban können wir uns auf jeden Fall schnappen Der muss auch schon ordentlich abreißen lassen Zu Vettel da vorne Weiter pushen Und dann kann das was werden Wieder kommen wir richtig gut ran An dieser Stelle Sind diesmal sogar noch näher dran Als in der letzten Runde Wird das was in die Schikane hinein Wohin geht Ocon? Der macht innen dicht Somit probieren wir es außen herum Oh, das wird natürlich eng Ocon ist immer noch da Hält ordentlich dagegen Möchte die Position nicht kampflos aufgeben Das muss er jetzt aber tun Oder kann er kontern auf Statt und Ziel? Ich glaube er wird kontern können Zwingen wir ihn mal nach außen Wir haben ja selber gerade gesehen Wie schwierig das da außen ist Und das wird für Ocon auch nicht leichter Er kommt sogar nicht mal dazu Sich da noch daneben zu setzen Position 8 einfach mal Wer hätte das gedacht Dass wir in der dritten Runde Hier auf der 8 unterwegs sind Also ich nicht Ocons nicht so tolle Pace Setzt sich fort Auch seit wir vorbeigezogen sind Wir konnten uns da schon Aus dem DHS Fenster befreien Und der hat eine Richtig richtig große Schlange hinter sich Wenn man mal auf die Karte schaut Nach vorne geht wiederum Nicht so viel im Moment Die Jungs sind schon Ein ordentliches bisschen schneller Hoffentlich hält Ocon sich noch lange Auf diesem 9. Platz hinter uns Dann haben wir nämlich Wirklich die Chance Uns hier in einen richtig richtig guten Puffer rauszufahren Den wir so dann Hoffentlich auch ins Ziel retten können Oh Gelbe Flagge Aber kein Safety Car Ich dachte Safety Car Weil auf einmal die ganze Karte gelb geworden ist Was war das denn? Ey da war auf einmal die komplette Strecke gelb Aber der Zwischenfall war hier In der ersten Kurve Landstroll muss sich da gedreht haben Wenn ich es richtig gesehen habe Der stand abseits der Strecke Ja das ist so ein typischer Noob Dreher Wie man ihn relativ häufig sieht Warum wird dafür denn die ganze Strecke gelb? Oh lila letzter Sektor Let's go man Wo kommt das denn her? Während Norris sich jetzt leider An Ocon vorbeischieben konnte Und der wird auch gegen uns Relativ bald Druck machen Und zwar ziemlich genau jetzt Wow das ging schnell Der McLaren ist aber ein super schnelles Auto Das wird fast nicht zu verteidigen sein Und ich möchte da auch gar nicht zu sehr dagegen halten Oh Norris probiert es an der riskanten Stelle Hier innen in 130 R Aber das soll er auch machen Ich glaube nicht dass das sinnvoll wäre Da jetzt großartig dagegen zu halten Holen wir uns lieber noch das DHS hier auf Start und Ziel Spätestens hier wäre er ja eh locker vorbeigekommen Wir könnten jetzt eventuell sogar kontern Aber lassen das natürlich Das macht keinen Sinn Ich glaube nicht mal dass wir so super schnell sind Gerade Ocon ist einfach nur mega langsam Sein Teamkollege Alonso ist jetzt da Mittlerweile auch vorbei Und der schließt sofort zu uns auf Oh Norris kommt an die Box Als erster hier in diesem Rennen Somit schnappen wir uns die Position direkt wieder Und Lando wird auch nicht auf die Mediums wechseln können Nach Lando in der letzten Runde Kommt jetzt auch Gasly rein Und Alonso hinter uns Gegen den wird das noch spannend in diesem Rennen Ich finde es aber cool dass der jetzt schon reingeht Weil er somit auch wahrscheinlich wie Gasly und Norris Auf die harten Reifen gehen wird Das hilft natürlich in diesem Duell Unsere Reifen sind im Übrigen nicht mehr so toll Aber ich hätte schon gerne die Mediums am Auto im zweiten Stint Am Ende von Runde 11 geht es auch für uns zum Boxen Stop Nach einem ich würde sagen guten ersten Stint Aber nicht sehr guten Dafür hätte die Pace ein bisschen besser sein müssen Aber dennoch sind wir aktuell innerhalb der Punkte Und wenn das bis zum Ende so bleibt Dann bin ich voll und ganz zufrieden Russell war übrigens nur 5 Sekunden hinter uns Und das auf Medium Reifen Der ist mit Mediums losgefahren Das ist natürlich ganz stark Ich hoffe dass wir jetzt vor Fernando Alonso rauskommen können Nach dem Boxen Stop Das ist das große Ziel Selbst wenn wir das aber nicht schaffen sollten Ist alles gut Weil er nämlich auf den harten Reifen ist Und wir auf Mediums Somit sollten wir dann auch eine Chance bekommen Auch wenn er vor uns wäre Das ist er aber nicht Da kommt Fernando jetzt an Und ganz ganz knapp sind wir vor ihm Richtig richtig gute Arbeit von unseren Jungs Starke Inlab auch natürlich Die war wichtig um hier davor zu bleiben Das waren nur wenige Zehntel die das entschieden haben Sehr sehr cool Hoffentlich wird Mick hier vor uns Nicht zu einem größeren Problem Der wird jetzt aber wahrscheinlich Je an die Box kommen Und wenn nicht Dann sollten wir da auf Start Ziel Mit dem DHS leichtes Spiel haben An die Box kommt er nicht Wir werden das hier auf der Strecke lösen müssen Machen das aber souverän Da hat Mick gar keine Chance Da sind jetzt noch einige beim Stopp Die schnappen wir uns Zu einem großen Teil Position 12 Das ist doch schon mal nicht verkehrt Von Alonso konnten wir uns übrigens gut absetzen Also war das auf jeden Fall Ein guter Schachzug Die paar Runden sich länger zu quälen Mit den Softs Um jetzt die Mediums zu haben Für den Rest des Rennens George ist jetzt auch beim Boxen Stopp Das ist ein bisschen schade Es bedeutet nämlich Dass er sich wahrscheinlich Die harten Reifen abholt oder Ich hatte gehofft Dass der vielleicht Eine Medium Soft Strategie macht Das tut er aber nicht Immerhin schnappen wir uns da Jetzt einige Die beim Stopp waren Und das bringt uns in die Punkte Auf Platz 9 Mehr als das wird auch Wenn vorne nichts schief geht Nicht möglich sein Wir müssen einfach alles dafür tun Um hier zu bleiben Das wird aber nicht leicht Da ist zum Beispiel noch ein Daniel Ricciardo Hinter uns Allerdings halt auf harten Reifen Oh oh Auch Carlos Sainz im Ferrari Der ja von der 19 aus Nur in dieses Rennen gegangen ist Kommt allmählich ran Wir werden entweder Ricciardo Oder Sainz hier hinter uns halten müssen Wenn wir Punkte haben wollen Oder wir fahren einfach schnell genug So dass die hier gar nicht rankommen Das wäre die einfachste Option Boah Vor allem hier im ersten Sektor Ist Daniel aber eine Macht Da haben wir keine Chance gegen ihn Das Gute ist Dass wir auf dem Rest der Runde Aber relativ schnell sind Und eine ähnliche Pace gehen können Und überholen kann man im ersten Sektor nicht Allerdings kann er sich da halt ranfighten Um jetzt dann angreifen zu können Das gelingt ihm aber noch ganz und gar nicht Ah come on Immer schön dran glauben Sowas sollte dafür am besten nicht passieren Aber unsere Pace ist echt in Ordnung Oh ja Und Sainz hat Probleme mit seinem Auto Das könnte auch ganz wichtig werden Ricciardo hat einfach nicht den Grip Aus dieser letzten Schikane hinaus Um hier wirklich nah dran zu bleiben Aber das verhindert auch nicht Dass er jetzt mal bedrohlich nahe rankommt Allerdings reicht das nicht Um vorbeizuziehen Sainz scheint raus zu sein Aus dem Kampf um die Punkte Das wird sich zwischen uns Ricciardo und Alonso entscheiden Einer von uns dreien Wird sogar komplett leer ausgehen Und ich hoffe sehr Dass wir das nicht sein werden Obwohl man Carlos auch noch nicht ganz abschreiben darf Der hält immer noch mit Obwohl er Probleme hat Jetzt wird es mal wieder ein bisschen knapper Gegen Ricciardo Wir machen innen dicht Und dann klappt das auch Sehr, sehr gut Solange es immer so aussieht In dieser ersten Kurve Werden wir das vermutlich Über die Linie bringen können Diesen neunten Platz Aber ich bin mir sicher Dass es da noch mindestens Ein, zwei richtig Knappe Situationen geben wird Oh oh Das kann man gar nicht gebrauchen An ausgerechnet dieser Stelle Zum Glück war Ricciardo aber Weit genug hinter uns Oder? Jetzt kommt er immer gut dran Aber das reicht nicht Das reicht nicht Da muss man schon näher dran sein An dieser Stelle Oh oh Jetzt ist Ricciardo erstmals An dieser Stelle bedrohlich Nahe dran Hier durch 130 R hindurch Gibt das den Angriff Vom Australier In die Schikane Nein, danach sieht es Nicht aus Aber er ist jetzt Natürlich in der Top Position Wir brauchen einen guten Ausgang Und den bekommen wir Da macht sich der Vorteil Der Medium Reifen So ein bisschen bemerkbar Und das sieht wieder Ganz okay aus Oder? Das Überholen ist halt Echt schwer hier Auf dieser Strecke Und das hilft uns gerade Sehr Richtig cool Auf einer anderen Strecke Wie was weiß ich Monza oder so Wären wir schon lange Hinter den drei Jungs Da hinter uns Aber hier in Japan Ist es halt möglich Sich davor zu halten Auch wenn man nicht Unbedingt schneller ist Jetzt könnte es nochmal Brenzlig werden Jetzt wird es Brenzlig werden Wir müssen mal wieder Verteidigen In diese erste Kurve hinein Aber da außen Da hat man einfach Keine Chance Selbst ein Daniel Ricciardo Nicht Und auch wir haben das Ja schon zu spüren bekommen Vorhin gegen Wer war das? O'Connor am Anfang des Rennens Da muss man schon Sehr viel schneller sein Um außen zu überholen Zum vorletzten Mal In diesem Rennen Geht es jetzt durch 130 R hindurch Durch die Schikane Hinaus auf Start und Ziel Das wird womöglich Die letzte Chance Für Daniel Um hier noch An uns vorbeizuziehen Und die scheint er nutzen zu wollen Ist da richtig gut rangekommen Bleibt auch jetzt nahe dran Das wird auf jeden Fall Nochmal zu einem Versuch kommen So wie wir ihn schon Ein paar Mal erlebt haben In diesem Rennen Äh ja Alter auf einmal kommt er da Aber so angeschossen Wie Noch nie zuvor Im gesamten Rennen Ja stark gemacht Von Ricciardo Wo auch immer das jetzt Auf einmal herkamen Aber noch ist alles gut Wir sind immer noch Innerhalb der Punkte Müssen aber natürlich Jetzt Alonso und Sainz Die beiden Spanier Hinter uns halt No Was macht Fernando denn da Das war keine gute Linie Von uns da In dieser Kurve Es ist halt natürlich Auch schwierig Mit so einem Williams Auf abgenutzten Reifen Auch noch Alonso macht dann aber auch Selber unabhängig von uns Den Fehler Walter Ribottas Gewinnt diesen großen Preis Von Japan Das ist natürlich Unheimlich wichtig Für seine WM Hoffnung Hamilton sein Teammate War nur knapp dahinter Die beiden haben sich Wahrscheinlich ein geiles Duell geliefert Da an der Spitze Wir sind jetzt Im letzten Streckenabschnitt Der letzten Runde Gleich wird es womöglich Noch einen Versuch Von Alonso geben Oder auch nicht Der ist gar nicht mal So nah dran Gut raus Beschleudigen jetzt hier Das ist der Schlüssel Zu einem Punkteergebnis Hier in diesem Rennen Und das ist ganz gut gelungen Unser RS ist so ziemlich Am Limit Da müssen wir ein Auge drauf haben Aber da wird alles gut gehen Wenn wir jetzt keinen Fehler Mehr in der Schikane Einbauen Ärgerlich dass Ricciardo Da in der letzten Runde Noch mal vorbeigekommen ist Aber der konnte sich Dann auch direkt Richtig gut absetzen Also da frage ich mich Wo das in den Vorrunden Immer war Der war ja oft nahe dran Auf Startziel Aber nie so nahe Na gut aber Schwamm drüber Wie man so schön sagt Platz 10 sind trotzdem Punkte Und das ist trotzdem Ein richtig richtig gutes Ergebnis Walter Ribottas Wie erwähnt Gewinnt dieses Rennen Hier in Japan Und das obwohl er Von der 2 aus Ins Rennen gegangen ist Also da haben sich Die Plätze getauscht Zwischen den beiden Mercedes Piloten Dahinter dann Die beiden Red Bulls Die 4 Jungs an der Spitze Kämpfen ja um Die Fahrer WM Da ist es mega spannend Und ist mit Sicherheit Nicht weniger spannend geworden Durch dieses Ergebnis Der Schlüssel für unseren 10. Platz War ganz klar Das gute Qualifying Und dann auch Die vielen Gridstrafen Die wir vor dem Rennen hatten Das hat uns natürlich Nach vorne gespült Und dann konnten wir uns Hier irgendwie halten Wäre das Rennen Aber noch viel viel länger gegangen Dann wäre es schwierig geworden Gegen Alonso und Sainz Immerhin zu Ocon Der allgemein Nicht ganz so schnell war Hatten wir aber schon Eine gute Lücke Wo war Russell denn am Ende Nur 16. Okay das ist Fast schon ein bisschen enttäuschend Vor allem dadurch Dass er auf den Mediums gestartet ist Da hätte ich ihm irgendwie Mehr zugetraut Weil der auf den Mediums Echt gut mit uns mitgehalten hat Obwohl wir auf den Softs waren Aber dann ist George Auf die harten Reifen Im zweiten Stint Und dann Ja dann war die Sache Gegessen so ziemlich Die Fahrer WM Sieht jetzt so aus Walter Ribottas Übernimmt da die Führung 7 Punkte vor Verstappen 10 vor Hamilton Und 30 nur vor Checo Perez Wir bleiben 13ter Rücken Ocon jetzt aber So ziemlich auf die Pelle Da fehlen nur noch Zwei Zähler Vielleicht lassen die sich ja noch Irgendwo auftreiben Wer weiß Wir haben noch einige Rennen Vier müssten es jetzt noch sein Nach diesem hier Und in der Konstrukteurs WM Auch da gegen Alpine Ey da kann was gehen Das war natürlich somit Umso wichtiger Dass wir Alonso schlagen konnten Um denen dann In Punkt abzunehmen Also das möchte ich Noch nicht aufgeben Das muss eigentlich Unser Ziel sein Hier noch Vierter zu werden Und in der Fahrer WM 12ter Das können wir Auf jeden Fall anpeilen Habe ich gerade gesagt Hier noch Vierter zu werden Ich meinte natürlich Vierter von unten Vierter von oben Wäre schön Aber das wird noch Eine Weile dauern Mit diesem Williams hier Das war es jetzt Von dieser Folge Der Fahrerkarriere Lasst gerne einen Daumen hoch Da wenn es euch gefallen hat Und dann sehen wir uns Hoffentlich beim nächsten Mal Wieder in Austin Beim großen Preis Der USA Wer weiß Eventuell gelingt uns dort Ja was ähnliches Wie hier Auch wenn da Da gehört immer Glück dazu Natürlich Heute halt durch das Chaos Qualifying Durch die Grid Strafen Ganz ohne einem Quäntchen Glück Geht es einfach nicht Hier in der Saison Punkte zu holen Aber wir haben es schon Ein paar Mal geschafft Also wieso auch nicht Beim nächsten Mal Das war es jetzt Vielen Dank fürs Zuschauen Und haut rein